Naja, ich will nicht sagen 5 Star Hotel sein, aber es müsste schon sehr ordentlich sein. Wie Motel 1. Also das, was ich bis jetzt mitbekomme von Altenpflegeheimen ist, dass das Essen schrecklich sein sollte. Vielleicht sollte sich das mal ändern. Das Essen muss stimmen, ja, der Wein muss stimmen und ich muss auch ein paar Platz haben für mein Auto. Ich hätte gern ein Zimmer für mich, ein Einzelzimmer. Es kann auch klein sein, aber ich hätte gern einen Raum für mich. Die Zimmer müssten ein bisschen größer sein als diese 42 Quadratmeter, die jetzt angeboten werden. Das ist mir zu klein. Ich schätze gern ein bisschen größer. Das ist nur dann brauchbar, wenn man wirklich nichts mehr machen kann. Die müssen ein ganz gut aussehendes Pflegepersonal haben. Da bieten die eigentlich schon viel. Da habe ich nichts, was ich vermissen würde. Super. Super. Untertitelung des ZDF, 2020